So fast dann. Kann sich jetzt mal da hinstellen, dann kommt er nur nach hinten. Immer noch zu viel Platz. Immer noch viel zu viel aus. Weil, war... immer komplett zur Seite, ey. Ja gut, wir nehmen jetzt... den... Ja, ist ja wieder so weit. Müssen wir mal ordentlich mal zuhauen, jetzt mal hier. Oh mein, oh Güte. Ah, wir müssen hier mal was machen. Ja, bei dem kann ich... Ich musste auch den anderen erledigen, da oben. Ja, soll ich das machen, meinetwegen. Guck, wo ich jetzt die ganze Zeit hingestellt und jetzt die anderen töten den. So. So effektiver mit den Stichwaffen. So. Haben wir auch. Okay. So. Wir leben noch. Ganz gut. So. Na, muss ich mal... Dingens hier vorher sprechen. Ach ja, kann ich grad nix machen hier, ne. 208 hat ja wieder Schal. Ach Gott. Na, wer... Reicht ist das? Wie geschah? Mach mal damit. Null. Das ist zu stark, befürcht' ich. Hm. Das auch. Dann greifen wir mal so an. Krieg ja nie unter irgendwie, das ist das Problem. So. Und gleich regeneriert er sich wieder. Ne, jetzt ist grad vorbei. Kann ich nicht mehr regenerieren. Na, das ist ja alles gut. Haut aber ab. Aber jetzt hat er keine Sons mehr. Dann hab ich angegriffen. Also ein bisschen Fehler. Wenn ich Fehler wieder mache, aber... So, kann hier nix machen. Ja, es ist vorbei, die Wirkung. I can feel your presence. Remember me, when you're in the Netherworld. Der lacht. Wie er lacht. So, jetzt haben wir ihn. So, aus dahin geht's gut. Ähm, das werden wir schon schaffen. Haben wir die alle jetzt erledigt hier. Müssen wir uns gleich mal den nächsten Plan zurechtlegen, wie wir diese Sir Phantasmunare wegkriegen aus ihren Ecken. Das war das größte Problem. Weil die ja auch fangen müssen. Aber... Kommt auch nicht mehr weg, ey. So. Na, warten wir ab. Und wir machen das jetzt... Gemeinsam. Mit Horniman und... Ja, 242. Ja, hier. Komm her. Achtung an. So. Boom. Ja. Aber ihr wischt. Können wir immer alle wegräumen, würde ich sagen. Ähm... So. Okay. Er muss ihn hier sammeln. Also das ist jetzt eine große Frage, ne. Als nächstes... 12, 14, 16, 16, 16, 16, 159, 122. Wo ist Alex hier ran? Dann werde ich die jetzt mal... ...mehr zu der Seite gehen. Mal gucken. Die können glaube ich hier rüber. Hier muss ich den dann hinsetzen. Ähm... Da kann ich auch mal heilen. So. 59. Ach Gott. Was haben wir hier alles abgekriegt? Ich mach immer total nur nix. Ich warte mir nur ab. So. Einmal holen wir uns immer... ...die ganzen Viecher hier weg. Damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Und... ...ja. Alles wieder hinkriegen können. So. Dann mal alles wegräumen. Die sind immer inaktiv, dieses Sir Phantasms. Bis wir halt ähm... ...da hingehen. So. Das mach jetzt auch mal ganz in Ruhe. Da hinschstellen. Weil da bin ja leider ne Idee, ne. So. Okay. Geht uns gleich viel besser. Da warten wir mal ab. Einmal mit Alexi ein paar... ...Märchen wegräumen hier. Ach. Alle immer erledigt. Auch diesen Siffler. Sehr gut. Gefällt mir. So. Aquila hat den Captured. Jawoll. Das ist gut. Aber! Ja, das ist gut. Das ist gut. Dich geht's auch wieder besser. Na, können wir jetzt mal einen hier holen, denke ich mal. Oder? Ja, wir warten ab... ...bis Alexi auch da ist. Ja, noch eine Runde. Inaktiv, 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 das ist klar, gut und schön. Dispatching these ones is tiresome work. Instead of complaining, use your energy to finish them. Oh, yes, I understand. So machen wir natürlich gleich erst. Erstmal machen wir hier kurze Rast, kurze Rast wie Alexei sagen würde. Nehmen wir mal was essen, ja? Wo sieht's aus? So, dann machen wir den. Haben wir noch eine Anseelie? Das gefällt mir. Anseelie has been captured. So. Ich muss ja immer den und den aus der Ecke holen. Ähm. Ich kann auch den holen. Dann haben wir nur noch zwei. Na ja, drei. Ja. Sif lassen wir auch noch. Aber die müssen aufpassen. Was soll den nicht töten aus Versehen irgendwie? Man weiß ja wie das ist. Okay. Ähm. Ne, warte mal. Ja. Jetzt kann Alex hier den nächsten wiederholen. Wollen wir gleich mal loslegen. Ja, so. Jetzt legen wir los und holen mal diesen Swift Phantasma raus. Aus der Ecke. Komm aus der Ecke raus. Sag ich mal. So. So. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Wie wir das machen. Da muss ich von zwei Seiten wieder kommen. Ich werde mal so hier stehen. So, Skill. Ziffler. Muss ich mir aber wohlbomb, wo haben wir eben gesagt. Der muss dahin, das heißt er muss dann keine dahin gehen. Und jetzt hole ich mir den Ziffler da raus. Komm her. Hallihallo. So. Ja. Das ist der erste. Die erste hole ich dann später irgendwie raus. Mal gucken. So, die beiden sollen auf der anderen Seite hinkommen. Aha. Jetzt kommen wir wieder hin. Können auch gleich diese Truhe holen. So. Die Wut. Also das ist keine Ahnung. So. Jetzt müsste er eigentlich aktiv werden. Weil er dann Feind hat. Direkt neben ihm. Ja. Ist nicht so gut. So. Okay. Die gehen jetzt auf die Seite. Sind wir nicht klar? Ja. Schon klar. Ja. Ist daher den da rauszukriegen. Wird gar nicht so leicht. Weil du ja lange genug durchhalten musst, dieser Märchen. So. Könnte er denn noch vorbei? Ja. Könnte er. Wir müssen ihn ja sammeln. 92. 75. Eigentlich. Ja. Eingeweilen. Können wir vielleicht den Zifflat auch noch weg holen. Wollen wir das machen werden. Dann haben wir nämlich da noch eine weitere Position. Komm her. Ja. Ja. Und klar. Können wir jetzt auch. So. Wie kriegen wir dieses scheiße Fantasen da jetzt raus? Ja. Keine Ahnung. Eigentlich stehe ich wieder viel zu nah. So. Na super. Greif zwei. Aber er gab den anderen an. Da nicht mal so schlimm. Aber er weh tut. Oh. Er bewegt sich direkt. Oh. Er bewegt sich da hin. Ah. Muss ich nur irgendwie so um dahinter zu kommen. Hinter dem. Alle Seiten blockieren. Ah. Mit dem Zifflat. Lang genug. Geht dann nämlich da hin. Das heißt. Ich kann hier hin hin. Wollen wir mal angreifen? Sollte ja. Problem muss wirklich sein. Machen wir es mal. Jawoll. Na komm. Der ist im Armer. Ja. Am besten. Ne. Da kann ich nicht hin. Ich muss den jetzt da hinbringen. Lass uns mal ein bisschen weinen. So. Ne. Das müsste doch möglich sein. Mit den beiden. Sollte das Problem noch möglich sein. Den zu knacken. So. Da kann ich auch nichts machen. Da muss ich da nicht weiter vorrücken. Na ja. Ich blieb mal drauf. Das sollte ja. Und der ist auch was bei dem. Der ist ja hier geschützt. Der bringt gar nichts. Das kann ich mir sparen. Kann ich mir wohl sparen. Da brauche ich wohl gar nicht mehr hin. Vermutig. Ich glaube ich bin hier in Position. Da kann ich mir nirgends mehr hin jetzt eigentlich. Ja. Einen führt zur Seite. Der kommt mal dran von zwei Seiten. Wir können ihn eliminieren. Ah. Der ist das jetzt. Das jetzt läuft von vorne. Ne. Ja. Das jetzt von vorne. Und das von der Seite. Wenn ich mal beide hinstellen. Ist der tot. Wo die Truhe haben wir schon. Hm. Geh mich trotzdem mal davor. So. Der Siffler wird immer da stehen. Eigentlich mache ich trotzdem von zwei Seiten. Ich kann ja nie mehr weg. So. Du bleibt immer da. Oh. Nehm ich gleich auf der anderen Seite. Dann lebe ich nochmal. Auf der anderen Seite geht das gleich nochmal los. Aber dann müsste es ein bisschen einfacher werden. Ah. Dankeschön. Aber wir sollten mal ein bisschen zurückziehen. Aber wir sollten mal ein bisschen zurückziehen. Na ja. Warte. Wir können eigentlich zur anderen Seite gleich gehen. Ach. Sehr gut. Da bin ich nochmal. Der Siffler kann noch eine Runde bleiben. Komm. Die beiden machen das jetzt hier. Komm her. Weg mit dir. Ja. Voll erwischt würde ich sagen. Den haben wir jetzt. Super. Haben wir den ersten erledigt. So. Das können wir zur anderen Seite nochmal machen. Das selbe Spielchen. Weil. Ich weiß noch nie ob. Brauchen wir jetzt eigentlich nur ein oder zwei. Ich meine. Die beiden. Die beiden. Die GDR Kampfen nochmal mit einem zu Ende. Oder brauchen wir jetzt beide. Ich habe jetzt offenbar nicht mehr auf dem Kopf. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen beide, ne? Wenn ihr nicht mal Pech gehabt, werdet ihr das ja nicht riskieren, den einen zu töten, um da ihn festzustellen. Das geht gar nicht. Das lasst mich dann mal hören. So, du hast dein Ding getan. Dankeschön. Noch? Du kannst weg. Du kannst weg. Ah, nur selber nochmal machen. Aber erstmal in Position wiederkommen. So, du gehst dann... Du musst dann da hin. Das heißt, ich kann ihn dann da rufen. Irgendwie muss ich mal da näher ran. Hier von zwei Seiten, ne? Okay. Das lief ja eigentlich ganz gut. Ja, mach das mal. So. Das bringt ja nix. Das bringt ja nix bei dem. Äh, ja. Was mache ich jetzt? Eigentlich kann ich nur dastehen, um da irgendwie zu blockieren. So was anderes ist ja gar nicht gebrauchen. So. Wenn man mal näher ran kommen. Da war ich noch ab ne Runde. Wie sie da bin, dann kann ich nicht da mehr weg. Ich weiß, wenn ich dann hier stehen bleibe. Dann zieht er sich wahrscheinlich dann zurück in die Richtung, aber... Ich geh mal hier ein Schritt nach vorne. So fest drin geht auch mit. So. Ja, die Kraft an. Meta ist vier. Also in den Effekt nahe. Und er zieht sich in die Ecke. Das ist auch nicht so schlimm. Noch können wir da mal noch hin. Jetzt gehen wir nämlich dorthin. Heißt, da ist nochmal blockiert der Vic. Ähm, du fährst, dann bleibt das was denn. Der nächste auch. Die kommen nämlich... Die bleiben nicht gleich jetzt dahin. Das ist ja... Das haben wir gut überstanden. Jetzt können wir halt unseren Ziffler rausholen hier. Naja, den zweiten hätte. Dankeschön. Hallihallo. Wie geht's? So. Dasselbe jetzt nochmal. Nix anderes. Eigentlich nicht so schwierig. Er zieht sich noch weiter in die Ecke zurück. Aber ist alles kein Thema. Nur ein bisschen aufpassen. Jetzt geht er so nach vorne. Ist ja auch nett. Ja, das ist so. Ähm, ich wollte QA2 haben. Beide mal heilen. So. Hallo, Ziffler. Da kommen sie immer hin. Und du haust immer... die Truhe auf. Mach immer auf. Danke. Würr-würr-skinn. Würr-skinn. So. Olimien. Schau mal da vor. Ja. Also, jetzt ist er verwirrt. Kann das sein. Er ist verwirrt. Äh, kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt jetzt danach dran. Gut. Aber ein Rang sollte überstehen. Sollte ja nicht das Problem sein. Aber... Ja, ich hätte noch eine Venus anbieten. Komm wieder dran. Komm dran. Gut. So. Ja, der Ziffler ist ganz gut dafür geeignet. Könnte man so etwas treffen, wenn man hier aus. Guck mal an. Das machen wieder die beiden. Es sei denn, er macht jetzt nicht so einen Mist. Nee. Überlebt er. Geht aber direkt dahin. Jetzt haben wir ihn ja eingekesselt. Für lange genug. Raff mal damit mal an. Im Buch. Da war richtig gut, ja. So. Was will der jetzt hier? Oh, komm her. Ja, der haben wir auch hier. Wie ich würde sagen. Der kommt noch nicht mehr raus. Kann ich sogar mit Komori machen. Oh, komm her. Bei einem anders jetzt her. Ja, das ist was, dann. Ja, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Bego. Das, wer muss denn jetzt sammeln? Nur 96. Ich glaube, ja. Dinge muss ich sammeln. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich mach es jetzt einfach mal. Komm her. Ach, ich brauche ja zwei Leute. Warte mal. Wer muss denn noch? 93. 52. Ja, Stein. Stein. Ja, aber damit ist das ja okay. Okay, mit dem Ziffer was sagen. Würde das so gehen? Oder? Würde das gehen? Aber es würde ja nichts bringen. Nimm lieber den. Würde das Ziffler-Gen nicht zu fangen? Aha. Ne, ich glaube, du müsstest aber nicht gehen, glaube ich. Ja. Wenn Ziffern desm has been captured, jawohl. Hätte einer noch töten müssen, einer hat gereicht. Na gut, wir haben es trotzdem geschafft. Egal, diese paar Erfahrungpunkte, das baue ich mir auch. Hey. The Lee-Boom is pulsing again. Let's finish this quickly. Arrogant foods. You actually think you can defeat me? I am Penumbra. I will feast upon your flesh and bones. Don't get ahead of yourself. You are just another weak margin who likes to talk big. You won't be able to hear me, once you are dead. You will be the netherworld, enjoying eternal silence. You will get those words. Ja, er wird diese... ...Wörter habe zu bereuen. Aber erst beim nächsten Mal. Das war es mit dieser anderen Session. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Liebt auch eigentlich ganz gut aus, dass wir jetzt einen mehr zu überleben. Am Leben gelassen haben. Wir haben nicht genug aufgepasst vorhin, ob das da BDW-Fool, dass nur einer reicht. So habe ich das irgendwie wieder vergessen. Gelesen und vergessen. Tut mir leid. Egal. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr habt euch Spaß, wie gesagt. Denkt nicht immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.